Ja, Pubertät finde ich ein ganz, ganz schwieriges Alter, weil man dabei ist, sich überhaupt zu finden im Leben, seine Rolle, seine Position, sich zu entwickeln, auch körperlich. Viele haben Schwierigkeiten damit, wie sie aussehen, falls irgendwas ihrer Meinung nach unperfekt ist an ihnen und viele fühlen sich auch sehr, sehr einsam und unverstanden. Kenne ich von mir natürlich auch, meine Pubertät war genauso schwer wie jeder andere. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht vergisst, dass es wirklich allen so geht. Selbst die, die scheinen, als wäre bei ihnen alles super und als hätten sie alles im Griff und wären immer glücklich oder wunderschön oder sehr erfolgreich in der Schule oder hätten tausend Freunde, selbst die fühlen sich oft alleine oder unzulänglich und diese Momente haben wir alle. Und da muss man einfach mal dran denken, wenn es einem so geht und man denkt, man ist der einsamste Mensch der Welt und keiner versteht einen, dass die anderen auch mal in ihrer Badewanne und im Bett sitzen und genau das Gleiche von sich denken.